Hallo Leute, hier ist Biti, euer Bitcoin Trading-Informand. Wir haben heute den 7. Oktober und starten gleich mal rein. Hier ist die tägliche 5 Minuten Turbo-Analyse für Bitcoin. Ab die Post! So, da sind wir schon. Bitcoin geht richtig nice hoch. 5% im Plus in 7 Tagen. 24% im Plus. Ethereum geht auch rauf, aber nicht so gut wie Bitcoin. 0,37%. Und der Binance-Coin geht gar ein bisschen runter. Sehr interessant. Die Dominanz steigt hier für Bitcoin. Wir haben heute 44,4%. Ethereum hat 18,3% Dominanz. Und in 7 Tagen haben wir natürlich ein sehr schönes Ergebnis. Die 24% von Bitcoin und die 18% von Ethereum. Also, für den Moment ist es besser hier, Bitcoin zu traden und nicht die Altcoins. Das müssen wir uns mal hier im Kopf behalten. Also, starten wir rein. Hier ist TradingView und das sagt uns zusammengefasst im Tagesgeschehen. Kaufe Bitcoin. 4 Stunden, kaufe Bitcoin. 2 Stunden, kaufe Bitcoin. Und die Stunde sagt uns auch, kaufen. Also, momentan sagt uns hier mal alles, wir sollten Bitcoin kaufen. Hier ist aber mal unsere technische Analyse. Das ist das Bild von gestern. Ich habe euch gesagt, dieses große Dreieck, wir sind nach oben ausgebrochen. Wir haben ein technisches Ziel von 60.000. Haben aber einen großen Widerstand bei 53.000. Was ist passiert? Wir sind hier schön über diese 53.000 ausgebrochen. Hier auch dieses Pattern, das ich euch eingezeichnet habe. Und auch da habe ich euch gesagt, es ist eigentlich ein bearisches Pattern. Aber wir haben momentan so viel Volumen, so viel Volume. Wir sind hier nach oben drüber geschossen. Und jetzt gehen wir ein bisschen seitwärts oder sogar leicht zurück runter wieder. Die große Frage, testen wir jetzt unseren ehemaligen Widerstand? Das ist jetzt der große Support. Er ist jetzt grün. So, möglich ist, dass wir nochmal hier runterkommen auf die 53.000, um das anzutesten. Um das Ganze ein bisschen übergeordneter anzusehen. Es ist sogar möglich, nochmal hier auf die Mittellinie runterzukommen. Das ist diese blaue Linie, die nach oben geht. Die haben wir schön nach oben durchbrochen. Vielleicht nochmal ein Test der 50.000 ist möglich. Oder aber auch dieser Abwärtskanal, wo wir jetzt eine lange Zeit drinnen waren. Wenn wir ein bisschen weiter rausgehen, seht ihr das besser. In diesem bösen, bösen, parallelen Kanal waren wir jetzt längere Zeit drinnen. Sind jetzt in einem schönen kleinen Aufwärtskanal. Und dahin nach oben durchbrochen haben wir diesen Abwärtskanal. So, ja, das ist jetzt möglich, die nächsten Stunden, die nächsten Tage, vielleicht die 50 nochmal anzutesten. Nicht vergessen, wir haben so viel Volumen momentan. Dieser Ausbruch hier nach oben war eine ziemlich nette Kerze mit ganz viel Volumen. Also es geht ja richtig ab. Checken wir jetzt gleich mal das Ribbon Band. Golden Cross habe ich euch gestern gezeigt. Ja, wir haben das Golden Cross. Ribbon Band ist auch hier guter Support. Liegt momentan bei 52.000. Ist natürlich immer wieder möglich, mit einem Spike runterzukommen. Ist jetzt auch hier bei diesem Pump immer wieder mal der Spike aufs Ribbon Band. Dann wieder hoch. Der Spike Richtung Ribbon Band wieder hoch. Vielleicht wieder der Spike Richtung Ribbon Band. Ist möglich, Leute. Das wird es ein bisschen konsolidieren. Nach so einer starken Anstiegsphase geht es meistens mal ein bisschen seitwärts. Hier, starker Anstieg, seitwärts. Starker Anstieg, seitwärts. Anstieg, seitwärts. Anstieg, seitwärts. Das nächste übergeordnete Ziel ist jetzt ganz sicherlich mal hier. Wenn wir raufkommen auf diesem oberen Kanal, Ende, wären das die 58.000 in etwa. Kommt immer darauf an, wo und wann. Und natürlich dann die 60.000, das übergeordnete Ziel hier für diesen Bitcoin Pump. Eines checken wir aber ganz schnell. Was sagt uns eigentlich der RSI? Relative Strength Index. Der sagt uns momentan, Achtung, wir sind überkauft. Wir sind bei 75 Punkten. Waren schon hier so weit oben bei 85. Jetzt ein bisschen runter auf 75. Und da ist jetzt eines ganz wichtig, Leute. Das dürft ihr nicht vergessen. RSI Trendlinie von unten nach oben. Das ist diese grüne Linie. Wir haben hier ein bisschen Luft nach unten. Das heißt, es wäre durchaus möglich, hier nochmal runter zu kommen. Auf das Röberband, auf die 52.000. Dann vielleicht die nächste Long Position. Oder die 50.000 gar. Wäre auch möglich. Und nicht vergessen, hier unten ist die EMA 200, Leute. Die liegt hier momentan bei 47, ah, 46,5. Auch das ist noch durchaus möglich, nochmal die anzutesten. Dürfte nicht aus Acht lassen. Also ich gehe mal davon aus, dass wir jetzt ein bisschen seitwärts gehen. Vielleicht sogar noch ein bisschen weiter runter. Vor allem, das hier ist interessant, die 53.000. Das ist der große, fette Support, den wir hier momentan haben. Das wäre es eigentlich schon für die Woche. Also für das Wochenende eigentlich zusammengefasst, was wir jetzt zu erwarten können. Checken wir eines noch, bevor wir das Video beenden. Checken wir ganz, ganz schnell noch unsere Candlestick-Pattern. Die sind immer sehr interessant. Und wenn wir uns das jetzt so ein bisschen genauer anschauen. Schaut mal, Leute. Wir hatten hier oben den Bearish Engulfing. Seitdem geht es runter. Ja, wir hatten hier schon den Bearish Engulfing. Hier wieder einen. Und danach ging es immer wieder hoch. Ja, aber, Leute, achtet immer auf diese Pattern. Hier zum Beispiel der Bullische Harami. Da war ein super schönes Zeichen für den Pump. Jetzt der Bearish Engulfing könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir wieder runtergehen. Ist nicht muss, ist nicht in Stein gemeißelt. Könnte es sein. Mehrwertigkeit haben die im Tagesschart. Und im Tagesschart, wenn wir uns das Ganze ansehen, seht ihr auch schon, oh, wir haben jetzt momentan, oder wir bauen jetzt momentan gerade diesen Bearishen Harami. Der könnte ein Zeichen dafür sein, dass wir runtergehen. Wir haben hier den Long hier mit diesem Ribbon Band. Grünes Ribbon Band. Long-Signal ist hier. Also alles gut, alles okay für die übergeordneten Zeitfenster. Schaut es wirklich gut aus. Aber wir könnten jetzt ein bisschen seitwärts kollidieren, kollidieren, konsolidieren, nicht kollidieren. Und wenn wir uns unten hier den Tages-RSI zum Schluss noch ansehen, sehen wir hier, dass wir diesen RSI ganz schön durchbrochen haben nach oben. Schaut mal, hier war die Linie und die haben wir jetzt da mit dieser schönen Kerze nach oben hin durchbrochen. Und gleichzeitig ist das jetzt unser Support. Also, solange wir uns darüber halten können, ist alles gut. Sollten wir da wieder nach unten durchbrechen, werden wir das natürlich auch in meinem Livestream beachten. Leute, ich habe ja einen Livestream, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Bitcoin-Trading-Informat ist der Name. Da könnt ihr immer live drauf schauen, was geht so ab bei Bitcoin kaufen, verkaufen und alle Signale, die wir hier so sehen in der Analyse. Natürlich auch in meinem Livestream. Leute, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder zum täglichen Update. Vielen Dank für eure positiven Kommentare. Und gebt mir einen Daumen nach oben. Ich möchte die 1.000 Daumen nach oben erreichen. Ich habe ja mittlerweile schon 3 oder 4 Daumen nach oben. Also, bis 2.000 ist nicht mehr so viel Platz. Ja, okay. Das, so viel dazu. Leute, macht es gut. Schwingt den Hut. Danke für euren Support. Euer BT, euer Bitcoin-Trading-Informat. Bye, Leute.